Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Oder chinesische Soldaten anheuern, damit sie an unserer Stelle kämpfen. Ich werde für unser Land kämpfen. Sieh bloß zu, dass du zurückkommst zu uns beiden, ja. Von Kindesbeinen an wurde uns eingeimpft, dass wir unbesiegbar sind. Unser Volk ist der Ansicht, dass Hitler und seine Nazi-Verbrecher Europas Problem sind. Kann man denn ernstlich glauben, dass ein Sieg möglich ist, ohne sich der Gefahr zu stellen? Wir warnen vor aggressiven Bewegungen der Japaner. Der 7. Dezember 1941. Ein Tag der Schande, den wir nie vergessen werden. Wir sind im Krieg. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Es wird ein Verständnis verletzt. Es wird ein Verständnis verletzt. Wenn etwas passiert, Captain, ... ... ... There's a british spy after me. You'll be quite safe, your highness. My name is Stefan. I was wondering what yours was. Mika, deal. Take your clothes off. The female staff are not to be interfered with. The old man is getting a visit tomorrow from the head of the SS. Erl Hitler, it seems we are to go back to Berlin. Can that be true? You are to be king again? I'm Jewish. I don't care. One day you might have to. There was another transmission last night. The Gestapo will be making a thorough search of the house. The SS murdered my father. I think we should keep this to ourselves. I'll protect you. Are you serious? Be careful. Nobody is safe. Can an officer have a loyalty to anything greater than his country? Marry me, Mika. Now, today. He's going to turn you over to the Gestapo. Mika, trust me. Mika, trust me. Sie wurden besiegt. Und ab jetzt übernehmen wir die Führung. Lieber sterbe ich, als mich dem Takt der Deutschen zu beugen. Wurde Ihnen jemand zugeteilt? Ein Offizier. Guten Abend. Wir sehen ihn nicht an. Wir sprechen nicht mit ihm. Das Klavier gehört Ihnen, vermute ich. Ich sehe alles, was in diesem Haus vor sich geht. Der Deutsche in meinem Haus stellt Madeleine nach. Der Offizier, der bei Ihnen wohnt. Ich spreche nicht mit ihm. Da habe ich was anderes gehört. Darf ich Ihnen etwas vorspielen? Dieser Deutsche ist unser Feind. Verstehst du das? Ich habe mit diesen Menschen nichts gemeinsam. Der einzige Mensch, mit dem ich etwas gemeinsam habe, bist du. Ihr Offizier leitet den Suchtrupp nach meinem Mann. Ausschwärmen! Sie sind die Einzige, die ihm noch helfen kann. Sie denken, dass du jemanden versteckst. Wenn ich auch nur den leisesten Verdacht hätte, wäre es meine Pflicht, dem nachzugehen. Feuer! Sei vorsichtig mit deinem Leben. Ist es dir denn kostbar? Es ist mir sehr kostbar. Sie? Ja? Wieso redest du kein Wort mehr mit Robbie? Tu ich doch. Wir bewegen uns nur in unterschiedlichen Kreisen. Ein schöner Tag. Gefällt dir das Buch? Nicht unbedingt. Da lobe ich mir viel Ding. Hat mir Leidenschaft. Kann ich dir etwas anvertrauen? Etwas unvorstellbar Schreckliches. Briony hat ihn gelesen. Es war ein Versehen. Kein Mensch sollte ihn je lesen. Nein. Was hat Cecilia jetzt vor? Ich habe keine Ahnung. Seit Wochen geht das so. Du weißt, was ich meine. Du hast es vor mir gewusst. Wieso weinst du? Hallo Cecilia. Du solltest die Polizei holen. Du hast ihn gesehen. Ganz recht. Das habe ich. Briony! Briony! Ich weiß, dass er es war. Weißt du, dass er es war? Oder hast du ihn gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Ich würde nicht alles glauben, was Briony so erzählt. Ich liebe dich. Komm zurück. Komm zurück zu mir. Ich werde zurückkommen. Ich werde dich finden. Meine Tat war schrecklich. Ich erwarte nicht, dass du mir vergibst. Man wüsste nie, ob er je zurückkehren würde. Es tut mir furchtbar leid. Ich schrecklich im Kummer, ich euch zugefügt habe. Lügner! 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 Das ist nämlich so. Ich muss zurück, wissen Sie? Denn alles, was wir haben, auf diesem einen Moment in der Bibliothek vor dreieinhalb Jahren beruht, bin ich mir nicht sicher. Weiß ich nicht, ob du kommst rein zu mir. Das ist nämlich so.